die schule freundlich schön leute treten ich habe aber komischerweise sehr viel hier gekauft also diese unterhose das ist also dein lieblingsort im spiel nein okay ich dachte schon da ist es okay na toll es war klar das ist auch die das ja Das Wallhole, das triggert mich gerade. Das Wallhole, das triggert mich gerade. Die lokalen Läden Support nimmst du jedenfalls wirklich. Das Wallhole, das triggert mich gerade. Der Aussteiger war nice. Aha, aha. Oh, Fußbälle. Komm mit Ball. Du bist frei. Warum ist es jetzt weg? Mann! Guten Tag. Warum trage ich jetzt schon wieder so eine komische Unterwäsche? Alter. Ich hab die doch nicht ausgerüstet. Was ist mit dem Spiel? Meine Armbänder zeigt er nicht an und sowas. Alles verpackt. Aber Unterhosen. Die werden dann... Ne? Meine Güte. Das wird alles immer gewechselt, komischerweise. Wir haben es verstanden, dass das Spiel einen Unterhosenfetusch hat. Pantsu. Das erinnert mich jetzt an tiefer irgendwie. Komm, nimm mir so eine Handschuhe. Keine Fingerabdrücke hinterlassen. Besser erwürgen. Ja, voll, ich finde nur noch die Materia-Slots. Oh, ja. Ach, ja. Kniebandage. Links habe ich auch gerade. Cool. Das fühle ich. Oh. Oh, das kostete aber 75.000. Ich gönne mir das jetzt. Wie, hier gibt's noch bessere Sachen. Wahrscheinlich. Natürlich tragen wir es jetzt auf einmal wieder nicht. Ach, Mann, Spiel. Ja, sieht cool aus. Jetzt hab ich aber wieder kein Geld. Typisch. Du musst dir das dranken. Lachen? Nja, ich bin sicher. Wir machen, wirst du schon mal die Generation. Eloh. Ich bin sicher, dass du noch das in dieserisfدة Musst du das Geld wieder reinkriegen. Ich weiß nicht, was mit meinem linken Knie los ist. Immer am Knirschen und Knacksen und nervig. Gute Nacht, Tor. Kann so keinen richtigen, äh, Sport machen, im Scheiß. Ha. Ha. Das Auto lenkt sich ja richtig müllig. Ich dachte, das mit den Knie knacken ist normal, wenn es sehr penetrant ist. Egal, ob du dich jetzt hinhockst oder beim Laufen, das ist schon nicht so gut. Nee, eigentlich nicht. Wehe, tut es nicht gut. Ja, bei mir ist halt immer dieses knirschende Scheißgeräusch, ey. Das nervt mich so extrem. Ich habe halt keinen Bock, so eine Scheiß-Knie-Probleme zu haben oder zu kriegen. Ich hoffe, ich kriege sowas nicht in meine Oma, ey. Die muss diese Scheiße mal operieren und sowas. Weil dann bin ich gefickt. Nee, nur wenn es, ja, wie gesagt, wehtut oder auch mit knirschendes Geräusch verbunden ist, dann ist das nicht so gut. Bist du? Bist du? Don't leave anyone alive! Ja, wenn es nur das Knacken wäre bei mir. Das belastet aus, ja. Danke für den Follow. Okay. Alter! grab baj. Uiuiui! Was? Hier ist doch niemand. Oh, niesen ist ätzend. Ich kenn das. Ja, ich liebe es auch, deswegen mache ich die ganze Zeit. Liegene Autos, wunderschön. Oh, jetzt rufen die die ganze Zeit wieder Verstärkung. Och, nöööööö. so schnell kannst du ja gar nicht alter nein auch du blöde kacko schuld ist jetzt einfach ab und hau ab ja 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 Ich will den Vigilante der Justiz. Wie kann ich das für dich beschreiben? Ich setze ein Badecar für dich. Das ist die Zeit für dich. Ich werde ihn holen. Diese aggressiven Menschen. Der wollte mich angreifen. Habt ihr das gesehen? Man hat das Gelenk immer eine Art Schwarmgewebe und wenn das aufgebraucht ist durch Fehlstellung, Überlassung und Co., dann beginnt das Knirsch und damit das Schmerzweidegelenk darauf eröffnet. Ja, aber wie soll man das dann jemals wieder heilen? Ist ja das Problem. Ja! 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 Okay, found the car. What's next? Next, we blow them sky high. I left a bomb for you to attach to the car. Now this is getting interesting. The bomb is on the car. Now to set the trap for this son of a bitch. Here's where you can park the car. Head in there now. Why am I now in the wagon, where there is a bomb inside? Oh, I'm not okay. I'm with very many handicaps. It's just me. I'm just going to... The trap is set. I'll go wait across the street. Ah, look at that. She looks suspicious. Ah, yeah. The target is in the car. Shit. The remote is not working. Ja, toll. Und wie soll ich jetzt da hinterher kommen? Muss ich jetzt verarschen? Get the fuck out of there. Ich hab natürlich jetzt das schnellste Auto. Ey. Ach, Junge. Geh doch mal weg hier. Ich hab jetzt gerade echt ein scheiß Auto. Oh. Gut, dass die Bäume aus Plastik sind. Mhm. Müsst du dich noch wehren oder was? Oh. Oh. Oh mein Gott. Neue Waffen. Ich muss ja... Oh, ich muss mein Geld sparen. Mann. 92.000. Karte. Gibt's hier ne Aufgabe? Hier oben. Oh nein. Gab es Kacke? Damit den Laster. Wo finde ich so ne Scheiß-Karte? Ich bin noch letztens hierhin gefahren, aber ich hab keinen gefunden. Ich fahr jetzt nochmal dahin. Oh, ich will die Rampe da oben. Hey zum auch. Schwien. Oh nein. Regunchieren. Lo hace ich dir? Oh nein. Oh nein. Ok, 조� Startags chivos. Alter. Da kann ich auch noch Nasenbluten, das wird vom Niesen denn sein. Dann ist da ein Ederschen geplatzt. Möglich? Doch, würdest du sein. Ich hab damit leider Erfahrung. Viel Niesen, viel Schnauben, viel Wischen. Sehr ätzend. Oh Gott, Chloe, Alter. Ach du Köcke. Stoff den Taschentuch ins... Doch. Oh. 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 Oh Gott. Welches Alien hat ihr hingewichst? Giftmüllfässer sind sehr instabil. Wenn sie anfangen zu explodieren, solltest du Gas geben. Du wirst für Fässer bezahlt, die du unversehrt ablieferst. Oh mein Gott. Ernsthaft. Oh mein Gott. 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 Ich geh mal schlafen. Ich geh mal schlafen morgen. Wird's schlimm wahrscheinlich. Euch noch ein schönen Streamen. Bis die Tage. Flo, ich drück dir ganz fest die Daumen und viel Kraft gesendet! Danke, dass du da warst und erhol dich gut, ne? Ich sehe eine strahlende Zukunft voraus, oh Gott. Hallo, El Rolfel. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Alter, musst du jetzt hier parken, du blöder Kacklappen. Okay. Das da finden. Ja toll, das hätte ich gerade gebraucht, die Info. Tja. Der Rolfel hat auf jeden Fall am meisten. Und try und drugs. Ja. Ja. Da kann man nichts weiter zu sagen. Ja. 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 Nein, wir sind aber wenig bei der Anzahl von Drogen, die man nicht nimmt. Ja. Ja. Das ist ein muss-win. Love is fleeting. The genital ones are forever. Mein Flutschwinge auf euch. Oh, lecker. Gönn dir. Ich war nie bei ICQ. Ich hatte mein MSN. Oh oh. Oh oh. Oh scheiße, das ist dieser komische Typ. Oh nein. Hallo, schmolat? Ich bin sicher, dass er gut ist. Ich kann den Inhaler zu ihm, ohne nichts zu verabschieden. Ich hoffe. Ich bin sicher, dass er nicht so verabschiedet hat. Ich bin sicher, dass er nicht so verabschiedet hat. Ich bin sicher, dass er nicht so verabschiedet hat. Wo du bist, Ruckversteig. Wo bist du? Danke für 50 Erdbeeren. Alter. Vielen, vielen Dank. Alter, den Sound habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ist ja schon. Und hallo, Euro. Mein Versteck. Ich weiß nicht, wo dein Versteck ist. Aber ich werde ihn finden. War auch gerade verwundert. Ja, ich habe den auch schon ewig nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich den habe mit der Erdbeertorte da. Ganz wie Erdbeeren. Wenn das Tray liest. Aber, 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 aber. Ich gehe jetzt zurück in seine Zelle. Aha, aha. Tray, danke für die Vergiftung an Euro. Oh, schnell, kommst du nicht weg, Euro. Nicht so schnell. Das Versteck ist neben mir. Weil er keiner suchen würde. Was? Oh, jetzt gibt es Party. Mit den Pfff. Scheiße. Scheiße. Where the fuck is Kevin? Oh mein Gott. Mit dieser Brille. Keine mehr. Oh fuck. Das hält mich gerade an der Kay. Geil. Kneipenschlägerei. Tray, danke für die Vergiftung. Alle schmollert. Ab in den Keller. Graben. Okay, das finde ich gerade cool hier. Einfach alle verprügeln. Äh, und schmollert. Danke für den Follower. Herzlich willkommen. Anscheinend können sie Kayle fragen, beantworten. Ich muss gehen. Das ist Kevins Ringtone. Das ist auch wie so eine Art Sucht, die Leute alles zu versammeln und versklaven. Oh, die kann ich nicht mehr verprügeln, ist schade. Was für Drogen sind das jetzt hier? Wee. idol in toilette wenn meine sklaven nein sie werden leader sklaven du kannst doch keine armee aufbauen es geht doch nicht aber du kannst ein mauer am kracher haben wenn du möchtest hätte ich mir jetzt nicht gegessen wie gut die mission ist kugel und kette abrissbirne ich hoffe du riechst jetzt wunderbar hier ja 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 Ich habe Geld. Ich habe Geld. Du hast nichts, was ich will, außer Kevins Bezug. Muss ich die jetzt alle kaputt machen? Mir ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. All right, all right, I'll tell you where the traitor is. It was the Collective. They took him to the top of the big Santo Aliso sign. The sign? What kind of anarchist bullshit are you planning? We're gonna blow it up with Kevin on it. Now let me out like you promised. I never said I'd let you out. I only said I'd let you go. Eli, you pick up anything on the socials? Yeah, some big idols party in a mansion and a timer counting down. Boah, ist das Auto scheiße. I'm headed there now. The Collective is behind him. You might need backup. Kev's all the backup I'll need. All right, bring him home. Oh, I need to go to the street. Oh, no. I need to go to the street. Oh, no. I need to go to the street. What are you doing, Kev? I'm coming. I'm coming. jetzt werde ich nervös. Was für eine Scheiße. Ich weiß nicht mal, wie ich da hinkomme. Trice unfrech. Kennt ihr den Film des Appearment aus den 90ern? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich komme für dich, Junge. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern? Tatsache. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Da muss ich oft bei Mods und Streams dran denken. Jetzt machst du mich neugierig. Toll, jetzt muss ich auch noch in der Zeit Bomben entschärfen. Ja. 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 Das war Steady hands steady hands Ich weiss nicht mehr wo die ganze Scheiß Ach du Kacke Hast du meinen Scherfen? Kannst du mal schneller machen, die anderen hast du auch mit dem Klacks hier Los bin, mach doch Ach Okay, okay Ja ist ja gut jetzt Hoppe hoppe nook Oh lol Er sagt What the fuck Das war ja sehr Wie oft hat sie das jetzt innerhalb der fünf Minuten gesagt? Träuf mal Sehr elegant Mhm Du guckst euch an sollte man gesehen haben Es geht auf jeden Fall interessant Oh 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 Let's show him how the saints do it. How do post-capitalists afford a house this bitch? No surprise there. La 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 la. Anarchist fuck nuts! They have no chance. Immer noch keine Munition dafür. Es wird Zeit für mich ins Bettchen zu gehen. Adieu und viel Spaß euch noch. Klar schon, Try. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut. 0.04. Ich dürfte eigentlich auch nicht mehr so lang machen. Die ganze Woche gestreamt. Da ist er wieder, Mr. Kätzchen! Ach du Scheiße, was zur Hölle ist mit dem? Das war aber nicht er selbst. Das war aber nicht er selbst. Das war aber nicht er selbst. Ich muss morgen früh wieder hoch. Ja. Immer. Ist ja das Problem. Was? Ich kann jetzt... Ich kann die Toilette als Deko in meinem... meiner Basis aufstellen. Warum? Was? Bleibst du mal ruhig? So, ich kaufe jetzt aber noch eine... neue... Sache hier. Neues Imperium. Stadt... Was ist das? Das leeres Grundstück. Chloé. Natürlich. Chloé, natürlich. Hallo Chloé. Chloé ist schwarz, ja. Chloé ist schwarz, ja. Chloé ist schwarz, ja. Ich habe mein Haus... Das ist nicht dein Haus, das habe ich gekauft. Hallo Beatrix, das Testlabor befindet sich auf einer Insel auf der Velasco Bay nördlich von Lakeshore. Du findest es auf der Karte auf deinem Telefon. Wenn wir unsere Karten richtig spielen spielen, dann werden wir etwas sehr speziell hier bauen. Uh-uhh. Da. Uh-uhh. Da. Warte mal, hier in meinem Revier gibt es keine anderen. Das werde ich verhindern. Siege Gegner. Ihr seid meine Ernstfeine. Oh. 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 Oh! Wir sind gut. Ah, Hilfe! Ach ja. Ich glaube, ich muss die erstmal hier erledigen. Und warte, neue Fähigkeiten. Muss ich direkt mal austesten. Five and Diner. Hmm. Hell no! Tch. 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 Das ist sehr gefährlich, so hier rumzulaufen. Aber ich bin anscheinend an einer anderen bestimmten Ecke. Vielleicht kann sie Karate. Ich habe mein Antacid in Hause. Ich bin anscheinend. 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 hey wieso ich kann nicht dafür dass es explodiert dass mich in ruhe Tschö. Ich habe Bock auf euch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Boah. Ich hab keine Muni mehr, das ist nicht so gut. Da ist man. Oh, das ist doch kacke. Ihr Schweine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So, nur noch der hier. Dann haben wir erstmal die Bedrohung hier beseitigt. Alles gut. ich bin und zerstöre polizei wenn diese aufgaben hasse ich polizei wenn es okay es ist sehr gut ist okay ich dachte ich muss jetzt wieder vier oder fünf wagen finden